Wir haben hier eine Kampfsituation. Die Art dieser Bedrohung erfordert ein komplettes Angriffsteam. Du wirst eingesetzt. Eine unserer bedeutendsten Leeranstalten wird bedroht. Das ist mehr als nur ein Angriff auf unser Land. Das ist ein Angriff auf unsere Zukunft. Alle Helfer vor Ort reagieren nicht mehr auf unsere Funksprüche. Der Einsatz einer nicht identifizierten biochemischen Waffe forderte zahlreiche Verluste. Das wird die Feuerprobe für ein neu aufgestelltes Rainbow-Team gegen eine unbekannte Anzahl feindlicher Kämpfer. Ihr werdet direkt im Zentrum des Geschehens abgesetzt. Unsere Dekontaminationsteams halten sich bereit. Eure Befehle lauten, die Bedrohung zu eliminieren und mögliche Überlebende zu retten. Aus diesem Grund wurde Rainbow gegründet. Dafür wurdet ihr alle trainiert. Dies ist eure Stimmung. . Untertitelung des ZDF, 2020